Darcy, Stormy! Euer letztes Feenstündchen hat geschlagen. Ihr habt keine Chance, wir haben jetzt die gesamte Zauberkraft. Sagt schön auf Wiedersehen und zwar für immer. Das glaube ich kaum. Ihr habt noch eine ganze Menge zu lernen. Hexen. Oh, Riefel! Hast du uns vermisst? Die schrulligen Hexen sind also wieder da. Gehört ihr nicht schon längst ins Altersheim? Ich hätte gleich wissen müssen, dass ihr dahinter steckt. Diese Mädchen hätten das nicht zustande gebracht. Nenn uns Gefäll ist nicht Mädchen oder kann ein Mädchen das hier? Spitze! Dachtet ihr wirklich, das funktioniert? Ich habe einst eure Gebieterinnen besiegt. Ich hoffe, du hattest schöne Ferien, während wir eingesperrt waren. Jetzt ist nämlich Schluss damit. Ihr habt Dominos zerstört und seid schuld daran, dass meine Tochter Daphne tot ist. Jetzt werdet ihr dafür bezahlt! Schattenwand! Ja! Na los! Erendor! Es ist vorbei, Oritel! Und jetzt ist deine Tochter dran! Sie kommt zu mir! Warum das? Oh, tut mir leid. Wir müssen das leider verschieben.